Willkommen zum Quell des Wissens und der Weisheit, den Gentleman News. In der heutigen Sendung geht es um die Espiria Talon, alles was es zur Eris Eye Perseus zu wissen gibt, sowie kleinere Neuerungen und neue Features, die uns ins Haus stehen. Und auch die 3.12 darf nicht vergessen werden, diese lässt noch etwas auf sich warten, da es aktuell noch einen sogenannten Black Screen gibt, einen Game Breaker, warum die erste Welle noch nicht auf den PTU gelassen wird. Allerdings sollte dieses Problem die nächste Zeit behoben werden und dann kommen wir auch in den Genuss, die Version 3.12 mit ihren umfangreichen Features testen zu können. Und eines dieser Features der 3.12 ist die neue Espiria Talon. Diese gilt als kleiner Alien Fighter von Espiria und kommt in zwei Varianten. Als Talon mit einer sehr starken Kanonen, also Geschützbewaffnung und dafür einem relativ überschaubaren Missile Payload. Oder dann als Strike Variante, wo die Raketen die Hauptbewaffnung darstellen, dafür aber die Kanonen relativ schwach ausfallen. Das Design der Talon erinnert an die Prowler, auch Raubvogelartig. Und wenn Espiria so weitermacht, haben wir bald eine ganze Vogelfamilie. Und wenn wir schon bei Vögeln sind, die Flügel der Talon, das heißt die hinteren oberen Flügeln, die federartig aussehen, haben nicht nur einen optischen Effekt. Je nach Flugmodus, das heißt im Landing Modus, im VTOL oder im Flug, stellen die sich in eine andere Position und sehen dementsprechend anders auch in der Silhouette aus. Eine wirklich interessante Angelegenheit. Und auch die Cockpit-Animation der Talon kann sich durchaus sehen lassen und gehört zu den schicksten aktuellen VERS. Allerdings, da das ganze kein Glas-Cockpit ist, das heißt wir haben keine Fenster vor uns, sondern Displays, haben diese den Nachteil, dass wir bei einem EMP oder einem kompletten Systemausfall nicht mehr nach draußen sehen können. Und auch das Ejection-Feature der Talon ist etwas ganz Neues. Wir werden mit einem Bereich des Cockpits nach vorne abgeschossen und haben hier sozusagen eine Rettungskapsel dabei. Aktuell ist es allerdings so, dass diese Rettungskapsel nach kurzer Zeit verschwindet und wir dann im All sind. Final ist das Design allerdings noch nicht. Und als wäre das noch nicht genug mit coolen Features für ein so kleines Schiff. Auch die neuen Shader, das heißt die Farbgebung der Talon, ist komplett neu und schimmert, je nachdem wie die Lichtverhältnisse sind in einem anderen Ton. Ich freue mich auf die Talon, die jetzt dann demnächst mit der 3.12 direkt ins Spiel kommt. Und selbstverständlich findet ihr dann demnächst auch einen dedizierten Schiffsguide zu Talon hier im Kanal. Aber kommen wir zu einem anderen Schiff, einem anderen neuen Schiff und zwar der RSI Perseus. Diese ist allerdings noch komplett in der Konzeptphase und hat auch noch nicht die Whitebox-Phase erreicht. Das heißt wir werden hier noch einige Zeit auf die Perseus warten müssen. Allerdings gab es hierfür einige Neuerungen und Informationen direkt von CIG. Die großen Zeiss 7 Kanonen der Perseus beispielsweise kommen standardmäßig in einer ballistischen Ausführung. Allerdings ist die Munitionsart bzw. der Typus der Kanonen änderbar. Auch sind die Kanonen der Stufe 7 groß genug, auch gegen Großkampfschiffe anzutreten und hier dementsprechend Schaden zu verursachen. Also auch gegen eine Kraken, eine Polaris oder eine Idris ist die Perseus einsetzbar. Hier sollte man allerdings nicht erwarten, dass eine Perseus diese direkt zerstören kann, sondern vielmehr einzelne Komponenten gezielt ausschalten kann. Wir haben es sozusagen mit einem kleinen Sniper zu tun. Die Stärke und die Panzerung der Perseus ist für ein Schiff in dieser Größenkategorie wohl sehr ansehnlich und im Bereich des Docking-Collars, das heißt im Bereich der Undock-Rampe, welche mit Rot hinterlegt war auf den Konzeptbildern, befanden sich noch mehrere Boxen, wo eine Funktion vermutet wurde. Das waren allerdings nur Spekulationen, es wird allerdings darüber nachgedacht, was man aus diesen Bereichen noch in der Konzeptphase machen kann. Nachdem die Perseus, so wie wir sie kennen, als zivile Variante kommt und nicht einem Militärstandard entspricht, gibt es auch hier als Erklärung, dass aufgrund dessen die Möglichkeit für einen Rover bzw. eine Fracht geschaffen wurde. Eine Medbay oder medizinische Ausrüstung gibt es ebenso wenig wie eine Waffenkammer, das heißt wir haben hier keine speziellen militärischen Ausführungen. Das betrifft auch die Komponenten, die vermutlich nicht in den Top-Varianten der Militärkomponenten kommen. Und ebenfalls die zivilen Variante geschuldet ist eine Rampe eben für den Rover, allerdings gibt es auch noch mehrere Aufzüge, die ins Schiff führen. Die technischen Daten, das heißt auch die Geschwindigkeit von aktuell 92 Meter pro Sekunde, sind bislang nur ein Anhalt und werden in der Konzeptphase vermutlich noch angepasst. Was die Bewaffnung betrifft, das ist allerdings schon fix, dass der Pilot nur Zugriff auf die Torpedos hat. Ansonsten braucht ihr für jeden Geschutztürm einen Gunner. Anders verhält es sich mit den Point-Defense-Türmen, das heißt den Gatling-Türmen am oberen und hinteren Bereich. Diese sind mit Serverblades grundsätzlich ausgestattet, können allerdings auch per Remote-Bedienung von einer Crew bedient werden. Und aufgrund der keilförmigen Optik und auch einem Bild mit einer zerstörten Hammerhead wurde ein bisschen impliziert, dass die Perseus die Möglichkeit oder Fähigkeit hat, andere Schiffe tödlich zu rammen. Das war allerdings nur dem Marketing geschuldet und eine Rammfunktion gibt es für die Perseus nicht. Abschließend wurde dann auch noch die Frage beantwortet, wer denn der Gegenspieler einer so starken Perseus sein könnte. Und hierbei wurde ganz klar genannt, dass es sich um mehrere kleinere oder mittlere Fighter handelt. Durch die großen Kanonen bzw. die Torpedo-Bewaffnung hat die Perseus gegen viele kleine Ziele relativ wenig Chancen. Hier wäre wieder eine Hammerhead die perfekte Kombination. Allerdings kann sich in der Konzeptphase noch einiges ändern und wir werden auf jeden Fall noch einige Zeit auf die RSI Perseus warten müssen. Allerdings waren das noch nicht alle Neuigkeiten. Die Gladius wird wieder eines der ersten Schiffe sein, das mit dem neuen Komponentenzugangssystem getestet wird. Das heißt, jede Komponente wird von außen vom Schiff mit einer Klappe oder einer Öffnung versehen und zugänglich sein. Weiterhin findet sich die Redeemer in einer Whitebox-Phase und wird ähnlich wie eine Vanguard modular aufgebaut. Wir können hier also davon ausgehen, dass es mehrere Varianten dieses ikonischen und langersehnten Community-Schiffes geben wird. Und auch für den Bodenkampf gibt es einige Neuerungen. Und zwar neue Waffen. Zum einen ein neues, leichtes Maschinengewehr, welches über einen relativ geringen Rückstoß, also Recoil, verfügen soll und auch über längere Feuersalven relativ zielsicher wird. Dazu gibt es ein neues Scharfschützengewehr, welches über ein relativ kleines Kaliber verfügt und hierdurch auch besser im Handling sein wird. Und dieses altertümlich anmutende Gerät sieht zwar sehr modern aus, verschießt allerdings offensichtlich Pfeile. Nähere Informationen dazu gab es bislang nicht. Allerdings sieht das Ganze sehr interessant aus und ich bin gespannt, was wir im Spiel mit dem Crossbow anstellen können. Aber auch im Bereich der Kernmechaniken gab es Neuerungen und zwar einen kleinen Einblick in die neue Schildtechnologie. Diese ist komplett verbessert, hat nochmal optisch einige Aufwertungen erhalten und Schildlöcher müssten damit dann der Vergangenheit angehören. Vor allem Besitzer einer Constellation dürfte diese Neuigkeit freuen. Wann das Ganze kommt, ist noch nicht bekannt, allerdings sieht es schon relativ weit fortgeschritten aus. Und auch im Bereich der optischen Verbesserungen der Planeten und allgemeinen Strukturen gab es einiges Neues zu sehen. Planeten, Oberflächen und vor allem Wasser. Meere und Flüssigkeiten wurden zunächst einmal gezeigt, inwieweit diese dann im Spiel auftauchen, das ist noch abzuwarten. Die optischen Verbesserungen sind auf jeden Fall sehr vielversprechend und machen Lust auf mehr. Und was die Wasseranimationen betrifft, wurde explizit betont, dass es sich hierbei um eine grobe Rohfassung handelt und in keiner Weise ein fertiges Ergebnis widerspiegeln würde. Auch zu den Spielerbasen, das heißt zu selbst erstellbaren Strukturen auf Planeten oder Monden, wurde nochmal eine Whitebox- bzw. Greybox-Phase gezeigt, in der schon einige Strukturen standen und es hier einen Vorgeschmack darauf geben wird, was als später im Spiel alles so möglich machen wird. Und alleine die Tatsache, dass wir hier nicht auf ein Artwork oder eine 2D-Konzeption schauen, sondern auf 3D-gerendertes Videomaterial mit Innenräumen, Beleuchtungen und auch den dementsprechenden Größenverhältnissen, können wir darauf hoffen, dass das Spielerbasensystem oder allgemein andere Strukturen auf Planeten nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Ich war auch für meinen Teil auf jeden Fall überrascht, wie weit fortgeschritten dieses Material bereits war. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und ich hoffe, wir sehen uns bei den nächsten Gentleman News wieder. Wir verabschieden uns und sagen wie immer See you in the verse!